Das ist die Kamera, ja. Guten Tag, mein Tag und mein Haar. Hallo für alle. Merhaba in Arabisch. Viele Leute haben uns gehilft und so. Ich wollte sie danken und danke sagen. Mein Name ist Ada, ich komme aus Suryan. Ich wohne in Kronbach-Schwaben. Ich bin die Fatme, ich bin 16 Jahre alt und ich bin aus Syrien und wohne jetzt in Burtenbach seit zwei Jahren. Ich bin Khaled, ich komme aus Syrien, ich wohne in Kronbach. Ich bin die Kaditsche, sieben Jahre alt. Ich bin Lana Faham, ich komme aus Syrien, ich bin 13 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre alt, ich bin ledig. Und ich komme aus Syrien und wohne in Burtenbach. Kronbach, sehr schön. Kleine Stadt, aber echt sehr schön. Und gefällt mir. Ich habe eigentlich in einer Großstadt gelebt, in Damaskus, wo immer viele Leute auf der Straße sind. Ich hatte Spaß mit meinen Freunden. Ich hatte ein Auto. Jetzt habe ich ein Fahrrad. Ich habe zwei Schulen in Deutschland. Ich bin in der Berufsschule am Vormittag und ich habe einen Interrogationskurs am Nachmittag. Ich habe nicht entschieden, nach Deutschland zu kommen, weil ich Spaß, Frauen und ein Smartphone haben wollte. Und die Leute hier, sehr nett und immer sie lachen auf mich. Sie sagen mir immer, grüß Gott oder guten Tag und wie geht's dir? Und ich wohne gerade im Kronbach und ja, Deutschland gefällt mir sehr. Ich vermisse meinen Freunden und meine Familie. Ich fühle mich okay. Natürlich vermisse ich meine Heimat. Aber es tut mir gut, meine Freunde jetzt treffen. Wenn ich alleine bin, bin ich manchmal traurig. Aber es funktioniert. Meine Zukunft ist in Deutschland. Und guten Appetit. Das ist so schön. Das sind große Gruppen an Menschen. Man ist zu acht, zu zehn zusammen. Bei den Familien ist man sogar oft noch auf dem Boden, so wie es traditionell dort in Syrien ist. Man hat zwar keinen Platz, aber ganz eng zusammen. Das geht schon. Und das ist so eine tolle Atmosphäre. Das sollte man echt mal selber erleben. Wir machen zum Beispiel auch gerade Erste-Hilfe-Kurse dort in der anderen Unterkunft, die sehr, sehr gut angenommen werden und wo auch sehr, sehr viel Wissensdurst und sehr, sehr viel Bereitschaft besteht, das Ganze zu lernen. Man merkt einfach, die saugen das Wissen auf wie ein trockener Schwamm. Die möchten lernen, die möchten auch Deutsch lernen. Die sind sehr, sehr gewillt, sich hier zu integrieren und wollen alles Mögliche auch tun. Und auch in die Stadt, in die Gemeinde, in die ganze Lebensweise und Lebensart der Deutschen sich auch zu integrieren. Und dann merkt man einfach auch, dass man da sehr viel geben kann und auch sehr viel angenommen wird. Das ist ein sehr, sehr schönes Geben und Nehmen. Europa, speziell Deutschland, ist ein gutes Land zum Lärm. Es gibt gute Schulen und viele Zukunftsmöglichkeiten. Da gibt es viele Fragen zu klären zur Grundschule, zur Mittelschule, auch im Hort. Es gibt immer wieder Probleme oder Unstimmigkeiten. Ja, die Kinder können sich noch schwer integrieren in die Schule, freuen sich allerdings, dass sie einfach andere Kinder haben, die deutsche Sprache so auch lernen können. Allerdings wissen sie noch nicht wirklich, wie man hier einfach sich verhält, anderen Menschen gegenüber, andere Kinder. Ich habe erfahren von der Familie, dass die Kinder nicht gelernt haben, wie man mit anderen Kindern umgeht. Sie waren in Syrien immer mit der Familie zusammen, immer im Haus. In dem ersten Jahr war das ein bisschen schwierig mit der Sprache und deswegen habe ich keine Freunde gehabt in der 8. Klasse. Und ja, da mutten mich auch nicht alle, weil ich nicht verstehe alles. Erst war bei mir ein bisschen schwer mit der Sprache und so. Bei mir nur bei Buchstaben zu üben. Da hatte ich von der rechten Seite geschrieben, aber sie nicht von der Leere. Und aber das wird besser in der 9. Klasse, weil ich jemanden kennengelernt habe, der mich mit Deutsch gelernt hat und viele Aktivitäten gemacht hat, wo ich mein Deutsch verbessern kann. Ja, und ich habe den QA gut bestanden. Und jetzt bin ich an der Mittelschule und habe viele Freunde und mir geht es sehr gut und gefällt hier in Deutschland. Also, ich bin die Verena mit Max. Wir sind hier in Max Kreativwerkstatt. Und Max ist hier ein freischaffender Künstler und hat gerne viele Leute um sich. Ja, ja. Freut sich über jeden Besuch. Und weil er immer so alleine ist, haben wir uns irgendwann gedacht, wir machen eine Mitmachwerkstatt. Und schon kamen alle Kinder gelaufen, auch Besucher, die kommen, werden dann spontan eingeladen mitzumalen. Und plötzlich standen Helfer aus dem Freundeskreis in der Tür mit einigen Flüchtlingen aus Syrien. Ja, einfach malen, Fantasie oder einfach die Farben zusammenmischen und was rauskommt, ist Künstlerwohnheit. Weil ich da malen kann und frieren kann. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist eine tolle Sache. Das war eigentlich unser Plan von Anfang an, als die Werkstatt gegründet wurde. Und ja, und dann wurden es immer mehr. Jetzt haben wir zwei feste Gruppen und freuen uns riesig, weil alle so viel Spaß daran haben, hier bei uns zu werkeln und zu malen. Und Max ist nicht mehr alleine. Ich nenne das Ganze Inklusion und Integration unter einem Dach. Wir haben von Syrien nach Libanon gefahren und danach hat uns, also hat jemand uns geholt nach Deutschland. Und wir haben mit dem Flugzeug gekommen. Und es war ja ganz leicht und ja. Ich habe auch schon einige Kinder eben erlebt in der kleineren Unterkunft, die einfach nur noch weinen da saßen, die ohne Eltern hier angekommen sind, die weder mit Bruder oder mit Onkel hier anreisen, die Eltern auch in Syrien sind und sie einfach furchtbare Angst um diese Menschen haben. Und wir wissen nicht, ob wir in Syrien weiterleben können, weil es nicht zu essen gibt und ja, immer Bomben und immer Angst. Und nicht zu trinken gibt. Ja, und ja, dann sind wir einfach nach Ägypten geflogen und haben gedacht, das wird nicht so länger dauern und dass wir bald zurückgehen können, aber es hat leider weiter so gegangen, wie das bis jetzt ist. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, weil in Ägypten so schwierig war mit den Leuten und Arbeit und so. Es gab gar nichts zu machen dort. Ich denke, für die Syrer heutzutage ist es wichtig, einen sicheren Ort zu finden. In Syrien selbst, in der Türkei oder in Europa. Es gibt in Syrien im Moment viel Hunger, jeden Tag zerstören, Bombengebäude. Tausende Flugzeuge kommen von überall her, um zu helfen. Aber sie bringen Zerstörung und unterstützen das Assad-Regime. Ich glaube, die Europäer denken, seht, diesen netten Präsidenten, er hat eine schöne Ehefrau mit einem kurzen Bock. Aber seht euch den IS an. Wir sollten Assad unterstützen, wegen der Kleidung und dem Babyface und weil er in England studiert hat. Was laberst du? Was laberst du? Den ersten Kontakt, wenn man es so nennen kann, haben wir damals, ich weiß gar nicht mehr, September, irgendwann später Sommer, Anfang Herbst, gemacht. Für uns war dann so die Lösung, dass wir sagen, dass die Flüchtlinge bei uns freien Eintritt haben bei den Veranstaltungen. Und daraufhin haben wir dann eben auch Zettel verteilt. Es war auch gut, dass er es mir entschieden hat, dass die Flüchtlinge keinen Eintritt bezahlen müssen, nur die Drinks. Ich mag das, ist eine gute Idee. Die Flüchtlinge haben zwar Geld, sie können bezahlen, aber ich mag diese Art zu denken. Das respektiere ich. Ich respektiere. Da sind wir auf eine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung vom Helfer- und Freundeskreis Asyl gegangen und sind danach auch mit dem Helfer- und Freundeskreis Asyl eben ins Kolpinghaus. Wir haben mit den Flüchtlingen gesprochen und vorgestellt. Und zufälligerweise war dann am Abend auch ein Konzert hier. Da hat Speiser uns ins Berg gespielt und Meldet Moon. Und ja, dann wurde es ziemlich lustig. Wir haben ziemlich lange gefeiert zusammen. Hat Spaß gemacht. Am Wochenende gehe ich für gewöhnlich ins Jutze. Habe Spaß mit Freunden und mag das sehr. Das erste Mal war das wirklich großartig. Es ist immer großartig, aber beim ersten Mal dachten wir, die mögen uns vielleicht nicht. Aber vor allem wegen Jasmin und der anderen Leute hier aus Kronbach. Ja, und was halt zum Beispiel auch saukool ist, ist, dass zwei Flüchtlingsmannschaften an unserem jährlich stattfindenden Hobby-Turnier teilgenommen haben. Also ich war am Anfang sehr skeptisch, wo ich gehört habe, es kommen so viele Flüchtlinge hierher. Ich kannte es nur aus den Nachrichten, aus den ganzen Diskussionen überall, egal woher. Kamen Diskussionen, was machen die hier, wie sind die, können wir die integrieren. Ich war da sehr, sehr skeptisch. Ich hatte auch, wo der erste Besuch anstand und wo wir uns das mal anschauen wollten, in der ersten Unterkunft, sehr, sehr viel Angst. Ich hatte sehr, sehr viele Bedenken. Ich habe mich als Frau auch nicht wirklich reingetraut, weil ich wusste, es sind eigentlich nur Männer da drin. Ich habe dann auch zu meinem Partner gesagt, bleib bitte da, nicht von mir gehen, wirklich bei mir sitzen bleiben. Ich hatte richtig Angst, weil ich nicht wusste, was denn da für Menschen sind. Ganz konkret für die Kronbacher. Wenn jemand sich nicht wohlfühlt wegen uns, kann er uns besuchen. Wer uns sicher ist, kann jemanden mitbringen, der uns bereits kennt. Nein, ich kann da nicht hin. Die bringen mich um. Frauen müssen fünf Leute mitbringen, weil sie sonst von allen 60 Typen begrapscht werden. Was laberst du? Es sind, glaube ich, auch echt mittlerweile gute Freundschaften entstanden. Ja, und manch einer will es kaum glauben, aber sie schätzen auch uns Frauen sehr hoch. Und ja, sie begegnen jedem sowas, also wirklich mit viel Respekt. Und ja, doch. Die waren alle sehr, sehr nett zu uns. Die Frauen wurden sogar eigentlich noch netter behandelt wie die Männer dort. Ja, sie haben einen eigentlich auch beschützt. Aber wenn man draußen irgendwo ist, immer eine Frau nicht aus dem Auge gelassen, wirklich aufgepasst, dass auch ja nichts passiert. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich einfach auch Vertrauen hatte. Und jetzt muss ich sagen, gehe ich alleine in die Unterkunft, ohne meinen Partner, obwohl da lauter Männer sind. Wir sind in Krumbach seit etwa einem Jahr, ohne Probleme. Wir gehen oft ins Jutze, haben dort Spaß. Wir haben viele Freunde, Mädels, Jungs und Familien. Wir respektieren sie alle. Und sie lieben und unterstützen uns. Respekt all dem an die Lovers, an die Sabortas. Ich habe bisher mit unseren asylsuchenden Mitbürgern nur gute Erfahrungen gemacht. Die, die, sagen wir mal, Probleme haben damit oder Ängste haben. Also Angst ist ja bekanntermaßen einer der schlechtesten Ratgeber überhaupt, die man so hat. Auf der anderen Seite, sage ich, kann man die Leute nicht alle gleich mal einen Nazi-Stampel oder sowas aufs Auge drücken. Wenn sich einer Sorgen macht, dann sind das meistens immer Menschen, die eigentlich keinen Kontakt haben, selber Kontakt haben zu Flüchtlingen. Also auf die Frage, was mir ja auch schon gestellt worden ist, ob ich überhaupt Asylbewerber kenne, muss ich sagen. Ja, ich kenne drei Senegalesen, die arbeiten in Fischach in einer Firma, die ich kenne. Und mit denen habe ich mich auch schon unterhalten. Die sind jetzt seit zwei Jahren hier. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Die arbeiten und die machen hier keinen Arger. Wer sich nicht alleine traut, kann auch gerne bei uns dann Kontakt aufnehmen mit dem Helf- und Freundeskreis Asyl. Wir sind auch sehr gerne bereit, einfach eine Begleitung zu stellen, die sich auch dort schon auskennt, sodass man sich das Ganze auch gerne mal anschauen kann. Da sind wir ganz offen. Da haben wir auch nichts zu verbergen. Wir möchten da mit dem Thema ganz offen umgehen. Und wie gesagt, auch respektieren, wenn jemand anderer Meinung ist. Ich kann nur jedem sehr empfehlen, sich einfach selber ein Bild zu machen von der Situation und auch selber sich Informationen aktiv zu beschaffen. Nicht nur das zu konsumieren, was einem vorgesetzt wird, weil das sehr oft, wie gesagt, schon sehr starke Untertöne und auch sehr starke Meinungen beinhaltet, die wir jetzt so hier nicht bestätigen können. Also es mag in anderen Städten, in anderen Ländern anders sein, aber hier haben wir bis jetzt nur positive Erlebnisse gehabt. Seit einigen Monaten, um nicht zu sagen seit gut über einem Jahr, spielt natürlich das Thema der Flüchtlinge eine ganz große Rolle. Und das kostet natürlich wirklich richtig viel Zeit. Da haben wir eigentlich, muss ich sagen, momentan eine relativ angenehme Situation. Von dem her, dass das in der Bevölkerung ganz anders angenommen und diskutiert wird und auch die Bereitschaft, sich zu engagieren, viel, viel höher ist als zum Beispiel vor 30 Jahren. Was mir nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln aufgefallen ist, ist die starke Polarität der Berichterstattung, die entweder sehr positiv oder sehr negativ ausgefallen ist. Für mich war es sehr, sehr schwierig einzuordnen, was ist jetzt, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, waren ja manche, nicht alle, aber manche Berichte auch übertrieben oder auch zwischen mehreren Personen weitererzählt, sodass zum Schluss dann eine ganz andere Geschichte rauskam, die eigentlich ursprünglich da passiert ist, dass auch immer wieder aufgedeckt wird, dass bewusst Informationen manipuliert wurden, um einfach die Angst und die Bedenken der Leute zu schüren, die sich nicht mit den Flüchtlingen beschäftigen wollen und können. Es kursieren sehr viele Gerüchte und erschreckend ist in einem gewissen Maß auch, inwieweit Leute bereit sind, auch Sachen zu glauben, die wirklich der Überprüfung des gesunden Menschenverstandes nicht standhalten. In der Simbad-Krämer-Turnhalle in Grumbach waren, glaube ich, 300 Flüchtlinge unterbracht für eine Woche. Also in Notunterkunft ist diese Halle genutzt worden. Und da kam das Gerücht auf, also nachdem diese Flüchtlinge wieder abzogen waren, musste an der Halle einen Schaden repariert werden in Höhe von 40.000 Euro. Da muss ich mir ja dann, als Mensch, wie erst mal klar werden, 40.000 Euro ist schon viel Geld. Das muss ja irgendwie was Größeres sein. Ich gehe zuerst mal an die Schule und frage den Rektor. Der wusste nichts davon. Das ist schon mal ziemlich, der hat auch keinen Grund, das zu verheimlichen aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern wenn der Schaden da ist, dann geht er nämlich zum Landkreis und sagt, Freunde, ihr habt da 40.000 Euro Schaden verursacht, ich möchte ganz gern, dass das schnell behoben wird. Des Weiteren gehen wir natürlich dann ans Landratsamt, an die zuständigen Leute, das war der Herr Gebbert im Landratsamt. Der sagt eben auch, ja, also der einzige Schaden oder das einzige, was er etwas länger beschäftigt hat, es war ein Kaugummi-Papierchen hinter einem Lüftungsschacht, weil sie das mit der Pinzette rausholen mussten. Das war etwas komplizierter, aber finanziell nicht der Rede wert. Klar gibt es eine natürliche Abnutzung, wenn 300 Leute die Halle benutzen, die ist da, die würde wahrscheinlich auf einem entsprechenden Zeitraum auch so stattfinden, so geht es halt ein bisschen schneller. Eben dann am Landratsamt in Gebbert befragt, der wusste eben auch nichts von diesem Schaden und sagt auch, er hat auch nichts zum Verwerben, weil wenn dieser Schaden entstanden wäre, dann wäre er damit zur Regierung von Schwaben gegangen, die quasi die Unterbringung organisiert und hätte das als Landkreis, der in Rechnung stellt. Wäre der Landkreis auf dieser Rechnung sitzen geblieben, hätte zumindest irgendein Ausschuss des Kreistags darüber entscheiden müssen, ob diese 40.000 Euro genehmigt werden. Also insofern gibt es viele Stellen, an denen das sozusagen öffentlich bekannt werden müsste. Und wir haben ja auch kein Interesse daran, wenn da oben 40.000 Euro Schaden entstehen und das in einem Ausschuss behandelt wird, dann berichten wir darüber. Also ich habe nichts davon, also ich werde nicht von Herrn Rehfuß bezahlt. Bei den Übergriffen in Köln, das gibt es ja in abgewandelter Form, ohne dass ich Details weiß, auch in Krumbach, da ist eine Frau zu Boden gerissen worden. Auch hier in Krumbach gab es ja einen Vorfall, der auch stark in den sozialen Medien und auch in der Zeitung diskutiert wurde und aufgegriffen wurde. Der Angreifer war dunkelhäutig, heißt es noch lange, dass es ein Flüchtling war, aber war dunkelhäutig. Dass man daraus Schluss folgert, es war ein Flüchtling, ist in meinen Augen etwas zu kurz gesprungen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand verhaftet worden ist, geschweige denn ein Geständnis abgelegt hat und, und, und. Also wenn dieser eine Fall, wo eben die junge Frau da in der Nähe von Pfarrheim St. Michael angegangen sein soll, der steht im Raum, ist aber nicht in irgendeiner Form aufgeklärt, unterwiesen und wird es wahrscheinlich auch nicht. Aber auch da muss man natürlich auch nüchtern festhalten, wenn bis auf das, dass ein Mann eine Frau am Arm packt hat, ist da nichts übrig geblieben. Und ansonsten, vielleicht war da ein oder andere Ladendiebstahl dabei, aber jetzt irgendwelche größeren Ereignisse, Gewaltattacken und Überfälle, ist nichts da. Gerüchte gab es einige, aber ist eben nichts übrig geblieben. Unsere syrischen Flüchtlinge haben uns darauf auch sofort angesprochen. Die haben das auch sehr schnell mitbekommen, dass es da Probleme gab und wollten sich auch sofort von diesen Vorfällen distanzieren und haben gesagt, da sind wir anders, wir würden das niemals tun. Zunächst denke ich, das Ganze kam sehr plötzlich. Wir waren schockiert von diesen Geschichten. Wir dachten, warum haben sie das gemacht? Das ist nicht gut. Die Menschen, speziell die Araber, vor allem die Syrer, sollten alle Frauen respektieren. Ich meine, was klar ist, wenn das einer gemacht hat von den Flüchtlingen, egal woher er war, dann schaut das sehr, sehr dunster aus für ihn. Weil ich finde, so jemand sollte dann nicht unseren Schutz genießen. Das können sie machen, wo sie wollen. Das ist eigentlich auch eine meiner ersten Ansagen, wenn ich in eine neue Flüchtlingsunterkunft komme. Im Grumbach haben wir jetzt natürlich seit Kürzem das Problem, dass wir erst einen Übergriff hatten, wo polizeilich auch dokumentiert wurde. Und es ist jetzt natürlich das Thema aufgekommen mit Bürgerwehr. Bürgerwehr hier bei uns in Grumbach finde ich jetzt momentan nicht angebracht, weil es war jetzt lediglich ein Übergriff, wo jetzt zumindest schon mal bekannt ist. Und wenn das bei diesem einen Übergriff bleiben sollte, was ich natürlich schwer hofer tue, dann wäre es momentan nicht angebracht. Sollte natürlich solche Übergriffe überhand nehmen, dass das immer mehr bekannt wird, dann wäre es vielleicht von Vorteil, Leute hier laufen zu lassen, dass die ein bisschen auf die gerade schwierigen Stellen wie Parks und dunkle Gassen und so, dass ich da ein bisschen ein Auge drauf habe. Ja, also das Thema Bürgerwehren, so als Antwort, das ist natürlich schon die Entgleisung schlechthin. Also ich denke, die Polizei hat in Deutschland die Situation durchaus im Griff. Seit Jahren sagen viele Verantwortliche in der Politik, es sind zu wenig Leute in der Polizei da. Die Polizei hat halt ungleich mehr Aufgaben als vor 30 Jahren. Allerdings schieben die ein riesiges Überstundenkonto vor sich her und laufen auf der letzten Rille. Das wird nicht überall gleich sein, aber eine Brückerwehr, das Gewaltenmonopol liegt beim Staate und nirgendwo anders. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Natürlich soll das nicht in einer Selbstjustiz enden, sondern es sollte so sein, dass dann sofort, wenn so ein Vorfall bekannt ist, die Polizei gerufen wird. Weil die ist dafür da, die haben andere Handhabungen. Auch wenn der eine oder andere manchmal meint, die Polizei macht nichts, das ist nicht richtig. Man muss das schon mal realistisch sehen. Ihnen sind oft die Hände gebunden durch Vorgesetzte, durch andere Gremien, die das zu bestimmen haben. Man muss allerdings schon dagegensteuern und dann wirklich auch mehr Leute bei der Polizei ausbilden und einstellen. Anders wird das nicht gehen. Aber das Sicherheitsbedürfnis, denke ich, in Deutschland, das ist relativ hoch. Damit habe ich jetzt zuerst mal überhaupt gar kein Problem. Ich möchte keinen Überwachungsstaat, ich möchte auch keinen Polizeistaat. Das ist das andere Extrem. Das wollten, glaube ich, auch die allermeisten Leute nicht haben. Ich glaube persönlich nicht, dass es Sinn macht, eine Bürgerwehr zu gründen, da ein einzelner Vorfall sicherlich noch nicht Anlass genug ist, jetzt überstürzt irgendetwas zu machen, was vielleicht dann eher ins Gegenteil umschlägt. Es sind ja nicht nur Ausländer, die Verbrechen vergehen, auch hier in Kumbach, sondern auch Deutsche. Und gerade diese Diskussion um den letzten Vorfall hat mir recht deutlich gezeigt, dass momentan der Fokus sehr stark auf diesen ausländischen Straftaten, den es jetzt mal liegt. Es sind aber genauso gut Deutsche, die diese Verbrechen begehen und das steht momentan gar nicht so im Fokus. Wir haben hier in Kumbach auch eine Sicherheitswacht, die regelmäßig abends unterwegs ist. Wir haben ja auch noch, Gott sei Dank, eine lokale Polizeiwache, die auch immer erreichbar ist. Und deswegen sehe ich es jetzt persönlich nicht als notwendig an, jetzt hier eine Bürgerwehr zu gründen, da ich hier dann eher das Problem sehe, dass sich bestimmte Personen, die vielleicht auch sich gerne als Beschützer oder auch als bessere Leute darstellen möchten, dann hier versuchen, anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das obliegt normalerweise eigentlich nur der Polizei, beziehungsweise den Sicherheitskräften des Staates und natürlich auch Privatleuten, die dürfen das natürlich. Aber da wäre ich sehr skeptisch, ob da nicht dann irgendwelche Taten im Namen von Straftatvereitelung begangen werden, die dann eigentlich schlimmer sind als die Verbrechen selber. Primär geht es aber auch nicht um die Leute, die was hierher kommen und Asyl suchen und sich hier eindiedern wollen. Das primäre Problem an der ganzen Sache sind die, möchte ich mal sagen, um einfach mal eine Zahl zu sagen, zwei, drei, vier, fünf Prozent von denen, die hier nur herkommen, um hier Ärger zu machen. Die, die sich hier gar nicht einfügen wollen, die, wo unsere Kultur und überhaupt das ganze deutsche Volk, das Christentum, alles für sich nicht haben wollen und durch das dann natürlich auch dementsprechend auftretend, feindselig sind, zum Teil kriminell sind, Frauen begrapschen und so weiter. Es ist eigentlich ähnlich wie beim Christentum auch. Es gibt Leute, die gehen in die Kirche, es gibt Leute, die gehen nicht in die Kirche. Es gibt Leute, die bezeichnen sich als gläubige Christen, als gläubige Katholiken oder vielleicht auch gläubige evangelische Christen. Genauso ist es bei den Syrern auch. Es gibt sehr streng gläubige Männer und Frauen auch, das sich dann halt auch dadurch äußert, dass sie kein Alkohol trinken, dass sie auch regelmäßig beten, dass sie kein Schweinefleisch essen. Das sind eigentlich so die Dinge, die man auch vom Islam kennt, die man da auch sehr sieht. Ansonsten bekommt man von der Religion selber eigentlich sehr wenig mit. Man sieht am und zu mal, welche beten. Man muss, wenn man Essen zubereitet, einfach aufpassen, dass kein Schweinefleisch und kein Alkohol verwendet werden. Ansonsten ist das Thema Religion eigentlich nie so im Vordergrund. Es ist eigentlich, man merkt, dass auch der Islam nicht nur die Seiten im Koran zeigt, die man immer so in den Medien hört, dass dort die Scharia herrscht, dass dort sehr strenge Regeln sind. Man hört von diesen Leuten auch ganz andere Dinge und man merkt auch, dass Jesus auch einen Einfluss auf den Islam hatte. Jesus gilt im Islam als Prophet und viele islamgläubische Menschen kennen auch die Aussagen von Jesus und schätzen diese auch sehr und sagen, ja, das ist eigentlich der Islam, wie wir ihn leben möchten. Wir möchten auch besonders das Miteinander der Religionen fördern. Viele erzählen uns von Damaskus, dass dort die Kirche, die christliche Kirche neben der Moschee steht, dass die Islamgläubigen zusammen mit den Christen an Weihnachten feiern und auch die Christen zusammen mit den Islamgläubigen an den Feiertagen des Islam. Da ist ein sehr starkes Miteinander und da ist auch eine sehr starke Bereitschaft da, die andere Religion so zu akzeptieren, wie sie ist. Es geht nur um diejenigen, die sich nicht einfügen und die müssen ausgesandert werden. Die müssen auch von den eigenen Asylsuchenden, müssen die gemeldet werden. Das ist einfach meine Meinung. Die sollen sich selber einen Gefallen tun und solche Leute einfach der Polizei melden, dass einfach der Ruf von den echten Flüchtlingen, die wirklich die Hilfe benötigen, die sie auch bekommen, dass der Ruf einfach besser wird. Von Seiten der Polizei kann die zunächst für uns Asylbewerber und danach für die Krummwacher ein Zeichen gesetzt werden. Wenn jemand von unserer Seite sowas macht, dann ist es eine gute Idee, ihn einzusperren und zu zeigen, dass es in Deutschland nicht erlaubt. In Deutschland respektieren wir jeden Menschen. Es geht dich nichts an, ob eine Frau betrunken ist, was sie denkt und ob sie dich anlächelt. Schwarz-Afrikaner, Afrikaner an und für sich, die aus Ländern kommen, da wo kein Krieg herrscht, sollten meiner Meinung nach hier auch kein Asyl bekommen. Einfach aus dem Grund heraus, ihnen wird nicht gedroht, dass sie ihr Leben verlieren. Sie müssen sich dort einfach an das geltende Recht vom eigenen Land halten. Das ist genauso wie bei uns. Wenn ich mich hier nicht ans geltende Recht halten tue, werde ich bestraft. In den Ländern ist es halt noch ein bisschen extremer, weil sie dann halt Prügel kriegen oder vielleicht sogar gefoltert werden. Aber das wissen die Leute, die müssen sich genauso an das geltende Gesetz halten, wie wir hier in Deutschland auch. Und da gibt es kein Wenn und da gibt es kein Aber. Nachdem der arabische Frühling losging, dachten die Menschen, das funktioniert. Wir schaffen das. Im zweiten Schritt hat das Regime viele Menschen getötet. Tausende Menschen wurden im ersten Jahr in den Straßen getötet, nur weil sie Transparente mit der Aufschrift Freiheit trugen. Nach einem Jahr beschlossen einige der Menschen, gegen das Regime zu kämpfen. Und der Krieg begann. Die syrischen Flüchtlinge, wo wir ja doch auch eine Anzahl in Grumbach haben, sind ja eigentlich zum größten Teil, oder alle, ich weiß es jetzt da nicht so genau, Kriegsflüchtlinge. Zum Thema Kriegsflüchtlinge möchte ich sagen, Kriegsflüchtlingen muss geholfen werden. Komme, was will. Dennoch bin ich aber auch der Meinung, Kriegsflüchtlinge, die wo hier herkommen und unsere Gastfreundschaft nicht zu schätzen wissen, und das heißt so viel wie, die müssen jetzt nicht der Bückling vor uns machen, aber die wo einfach versuchen, sich an Recht und Gesetz, nach deutschem Recht und Gesetz zu halten, wenn sie da nicht bereit dazu sind, dann bin ich einfach der Meinung, dass sie in diesem Moment ihren Status als Kriegsflüchtlinge verloren haben. Weil es kann nicht angehen, dass sie hier hergekommen, hier aufgenommen wurden und dann das verkennen, dass sie hier ja nur Gast sind. Das Hauptproblem ist, das Regime selbst hat die Gründe geliefert, warum die Menschen kämpfen. Ich denke, wenn in Syrien nur Engel leben würden, würden sie dasselbe tun. Nach vielen Jahren des Tötens und der Zerstörung durch Luftangriffe und Panzer sind viele Menschen wütend und traurig. Sie heißen selbst, dass Böse als Hilfe willkommen, um das Leiden zu beenden. Diese Atmosphäre zog wie ein Magnet die Bin Laden, Al-Qaida und der IS an. Das sind dumme, kriminelle Menschen. Aber wenn man von IS-Geschichten spricht, ist das nicht die ganze Wahrheit. Assad ist tausendmal schlimmer als der IS. Und die Welt sagt nichts und tut nichts. Nur ein paar Worte in den Medien von den Regierungen. Aber sie tun in Wirklichkeit nichts. Ich weiß nicht, dass sie nichts in den Medien von den Regierungen tun. Aber sie tun nichts in den realen Dingen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich zu Hause jemanden bei mir reinlasse und der führt sich anständig auf, dann wird er bei mir immer willkommen sein. Kommt er aber zu mir und führt sich auf wie ein Arschloch, Entschuldigung für den Ausdruck, dann werde ich den sofort rausschmeißen. Und so muss man das auch für das gesamte deutsche Land sehen. Wenn jemand kommt und sich hier anständig aufführt, ist er gern willkommen. Hängt er sich aber an der Schiene hin, da wo der Unmut von den Leuten einfach groß wird, dann muss der rausfliegen. Der hat dann in diesem Haus, in diesem Haus Deutschland, nichts zu suchen. So etwas will ich nicht. Und da bin ich auch nicht bereit, meine Steuern, was ich jeden Monat bezahle, dafür zu verwenden. Was allerdings schon sehr befremdlich ist, die Krise in Syrien. Die hat vor drei Jahren und auch vor zwei Jahren eigentlich überhaupt niemanden, also die allerwenigsten zumindest, großartig interessiert. Weil da waren ja die ganzen Flüchtlinge alle nur in der Türkei und im Libanon. Da war das uns wurscht. Da hätte der Assad noch ein paar Zehntausende oder Hunderttausende abschlachten können. Solange sie nicht bei uns vor der Haustür stehen, interessiert das nicht. Jetzt stehen sie halt dummerweise da. Und jetzt interessiert es doch. Ich bin am ersten Tag in Frankfurt angekommen und habe von Anfang an sehr viel über den islamischen Staat gehört. Als ich zur Polizei ging, um mich anzumelden, wollte der Beamte wissen, woher ich komme. Ich sagte, Damaskus. Aber in Damaskus gibt es doch keinen Yes. Ja. Aber den 1.000 Mal schlimmeren Teufel, Bashar Assad und das Regime. Das ist eine komplexe, zu lange Angelegenheit für diesen Film. Zusammengefasst, das ist eine fünf Jahre lange Geschichte, die ich nicht in wenigen Minuten erzählen kann. Die Kurzfassung. Wir haben ein Diktatorregime unter Bashar Assad, davor unter seinem Vater, seit etwa 15 Jahren. Sie stehlen und wir haben keine Freiheit und keine Demokratie. Man kann in Syrien leben, aber es ist nicht erlaubt, über die Politik, gegen die Regierung und das Regime zu sprechen. Man kann dort leben, mehr nicht. Das hat aber jetzt nichts mit diesen Menschen zu tun, die hier friedlich herkommen, die hier wirklich die Möglichkeit sehen, aus ihrem Land einfach zu entfliehen vor dem Terror, vor dem ganzen bösen Zeug, was da unten los ist. Und hier glücklich sind, dass sie überhaupt hier sein dürfen, da muss man differenzieren. Die Kultur unterscheidet sich etwas. Jedem Menschen sind unterschiedliche Dinge wichtig. Die Deutschen sagen den Syrern, achten auf dieses und jenes. Ich denke, wir kennen uns noch nicht gut genug. Wenn wir uns gegenseitig besser kennen, werden wir verstehen. Wir sollten von Anfang an Respekt voreinander haben. Wenn jemand nicht von Anfang an Respekt hat, wird das wohl nur einige Tage dauern, bis sich das fügt. Das braucht nur Zeit. Ich kenne zwei Frauen, die auch aus Syrien hier sind, auch so wie man es halt im Islam kennt, mit Kopftuch. Ja, diese Menschen verhalten sich auch ganz normal, sind aber halt immer nur mit den Männern zusammen unterwegs. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach noch weniger Deutsch können oder auch kein Englisch können, wie vielleicht dann die Männer. Die können schon ein bisschen Deutsch und können sich dann doch ein bisschen besser integrieren. Wenn du nichts darüber weißt und jemand spricht über Israel oder Afrika und sagt, sie essen dort Menschen, wirst du es glauben. Okay, die essen Menschen. Weil du nichts darüber weißt, bis du die Leute kennenlernst. Wenn du keine Möglichkeit zum Gespräch hast und die Leute keinen Job haben, weißt du nichts über sie. Du kannst nur das glauben, was du in den Medien findest. Wenn du den Menschen auf der Straße triffst, wirst du die Medien hinterfragen. Es wird nur eine kurze Zeit dauern, dann ist dieses Problem erledigt. Was bei den Frauen halt ist, dass die keinen Mann die Hand geben, wenn sie ihn nicht kennen, auch mit ihm nicht sprechen. Also bei der Familie hat es sehr, sehr lange gedauert, bis auch die Frau mit meinem Partner gesprochen hat. So einzelne Dinge funktioniert, aber es ist sehr, sehr wenig. Auch keine Hand geben, das ist bei denen einfach so. Akzeptieren wir auch, finden wir jetzt auch nicht weiter schlimm. Und sie versuchen sich auch zu integrieren und auch von den Frauen kommen. Einfach immer wieder fragen. Christian, können wir nachher Eis essen? Ja, Blitze, Eis essen! Da möchte ich ja erstens einmal die Rechten für meinen Teil einmal ein bisschen zum Nachdenken animieren. Tut's nicht alle über einen Kamm scheren. Es sind viele dabei, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Ich habe Arbeitsverständnis dafür, wenn ihr gegen die wettet, die hier nur Scheiße bauen. Und den sogenannten Asylbefürwortern möchte ich sagen, seid ihr nicht so verbohrt, sondern geht es auch einmal her und macht einfach eine klare Stellungnahme, ein Statement, wo ihr einfach klar sagt, wir wollen den Menschen helfen, aber Leute, die, die sich hier nicht integrieren wollen, die, die hier ihre Machenschaften machen, sei es durch sexuelle Übergriffe, durch Diebstähle, durch Drogen und was weiß ich, was es alles gibt, dass man da einfach sagt, da müssen wir differenzieren. Das wollen wir nicht und das muss ganz klar getrennt werden. Ich möchte eine ganz kurze Geschichte erzählen über und von meinem Vater, bei dem ich eigentlich auch dabei war. Und zwar waren wir damals Hausmeister von der Gebäude, in dem wir auch gewohnt haben. Und wir mussten dann die Vertretung von dem Nebengebäude machen, hat mein Vater auch angenommen. Und Putztag war eigentlich immer freitags. Ja, an einem Freitag sind wir dann hin zu dem Gebäude, haben angefangen, schön mit meinem Vater zu putzen. Unser Putzlappen in unserer Hand, mein Vater hat die Treppen geputzt und ich ihm hinterher. Kommt auf einmal so ein junger Bub, damals so alt wie ich, vielleicht ein paar Jahre älter als ich, und sagt zu meinem Vater. Ich komme jeden Tag ins Jutze. Ich bin ein Luggebeidl. Ich mag das Jutze sehr. So, du scheiß Türke, du bist da, wo du auch hingehörst, also am Boden. Okay, mein Vater hat nichts gesagt. Ich habe den Jungen nur schräg angeschaut. Ja, und dann, das hat mir dermaßen wehgetan. So was kann man gar nicht erzählen oder irgendwie formulieren. Da findet man nicht die richtigen Worte oder ich selber finde sie momentan nicht. Ja, das habe ich dann meiner ziemlich engen Freundin damals anvertraut. Und dann kam von ihr die Idee, dass uns den Jungen zusammenfrügeln. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Und ich weiß zwar nicht, ob der Junge ab dem Tag an irgendjemanden beleidigt hat, aber ich weiß, eins, in dem Moment war ich mein Wut schon los. In der ersten Woche, in der wir leben in Grumbach, die Polizei kam zu uns in der early morning. Im ersten Monat in Grumbach kam die Polizei am Morgen zu uns. Zwei Männer mit einem Foto von Nike-Schuhen fürs Fitnessstudio. Und sie sagten, hallo zusammen, guten Morgen, wir haben hier ein Foto von diesen Turnschuhen. Jemand hat diese Schuhe in Grumbach gestohlen. Okay, schöne Geschichte. Und warum kommt ihr damit zu uns? Weil das gewöhnlich niemand macht. Ich denke, wenn die Polizei dieses Video sieht, wird sie wieder zu mir kommen. Aber okay. Hallo? Entschuldigung, aber ich möchte das erklären. Diese zwei Polizisten sind anständige Leute, aber das ist ihre Arbeit. Sie haben dieses Foto, jemand hat die Schuhe geklaut, wir müssen das überprüfen. Ich hatte Angst, weil ich Adidas habe und ein Smartphone. Ich bin ein reicher Mann. Okay, ihr könnt das überprüfen. Und sie haben das kontrolliert. Aber ich hatte Glück, weil ich Adidas Schuhe habe. Der gesuchte Schuh war aber von Nike. Schließlich haben sie nichts gefunden. Sie haben sie entschuldigt und sind gegangen. Warum machen sie für das Mädchen nicht dasselbe wie für den Schuh? Wenn das Mädchen kommt und sagt, die Flüchtlinge haben mich angegriffen. Wenn die Polizei nicht mit dem Opfer zu uns kommt, können wir nichts tun. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist dies, auch mit meinem Gutausbruch gegenüber diesem Kind von damals in Berlin, möchte ich eigentlich eins sagen. Wenn man sich das Ganze anschaut bzw. auch beobachtet, was heutzutage alles in der Welt passiert, auch mit den Flüchtlingen, einen abzuweisen, bringt nichts außer Wut. Ja, ich bin der Meinung, dass es immer sinnvoller ist, wenn man die Menschen wirklich ans Herz schließt. Denn von Hass kommt immer Hass. Und das kann nichts Gutes heißen. Das habe ich als Kind schon damals erlebt. Ich mit meinem 10, 11 hatte dermaßen Wutausbruch gegenüber dem Kind, der mein Vater damals beschimpft hat als scheiß Türke. Du gehörst jetzt dahin, wohin du auch gehörst. Wenn wir jetzt das auch den Leuten machen, den Flüchtlingen aus Syrien, aus Iran, Irak, Pakistan, Afrika, denke ich mir, wird das nichts außer Wut bringen. Und ich bin immer der Meinung, dass man mit Liebe, mit einem riesen Herz alles auf der Welt bewältigen kann. Ich bin Abdullah und es ist meine Freundin Diana. Ich komme aus Syrien und ich will studieren. Ich spreche jetzt besser Englisch, weil mein Deutsch noch nicht so gut ist. Das erste Mal haben wir uns im Jutze getroffen. Wir haben uns üblicherweise jedes Wochenende gesehen. Dann haben wir angefangen, mehr miteinander zu reden, uns auf Facebook zu schreiben und wir trafen uns auf Partys hier in Grumbach. Dann haben wir uns verliebt und jetzt sind wir ein Paar. Ich möchte hier studieren, an der Universität. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht Ingenieurswesen, vielleicht auch was anderes. Ich habe die Universität in Damaskus verlassen, weil ich musste. Hier möchte ich nun erst mal Deutsch lernen und in sechs, sieben oder acht Monaten mein Studium beginnen. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man endlich mal lernt, dass man miteinander leben kann. Genau. Und ich bin ziemlich froh, dass wir zu unseren Gästen eben auch die syrischen Flüchtlinge in Grumbach zählen können. Also zum Thema Verständigung, das ist je nachdem, bei manchen, da funktioniert schon Deutsch. Mit manchen spricht man halt auf Englisch und mit manchen halt mit Hand und Fuß. Aber irgendwie geht das schon. Das ist eigentlich das Selbstläufe. Man versteht sich halt, wenn man es will. Das ist eigentlich das Selbstläufe. Man versteht sich halt, wenn man es will. Musik. 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 I saw below me a golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sand of the diamond desert. And all around me, a voice was sounding, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from the Ural Mountains to the Emerald Island, from the Mediterranean to the Arctic waters, this land was made for you and me. The sun come shining as I was strolling, the wheat fields waving and the dust clouds rolling, the fog was lifting, a voice come chanting. This land was made for you and me. Of Ederson, ciao, ciao. As I was walking, I saw a sign there, and that sign said, no trespassing, but on the other side, it didn't say nothing. Now that sign was made for you and me. We'll see you again next time. Have you learned the way? We'll see you again next time. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020